So, weiter gehts. Hab eben vergessen mein Mikro anzuschalten, Verzeihung. Wir machen jetzt weiter und sollen den Typen ja ausrauben. Gehen wir mal los. Ich denke mal, es ist dieses Haus hier unten rechts. Das hier. Ach ne, wir sollen ja erst zum Bengel geben. Der gibt uns ja bisschen was. Für Geld. Du hast es geschafft. Mit diesem Geld werde ich die Geräte bekommen und die Informationen bekommen. Ja, das sollte genau so machen. Ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht mehr gibt. Er räuspert sich. Bevor sie etwas sagen können, ist er nach draußen entschwunden und sie sitzen allein in seiner Hütte. Äh, ist er schon abgehauen mit dem Geld oder was? Oh, diese Ratte ey. Ja, du? Ach so. Ich hätte bloß warten müssen, wa? Ja. Jo, erzähl mal was über den Dietrich. Ja. 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 Was kannst du mir denn über meinen Opfer erzählen? Außer ich habe gehört, dass er ein Journal in seinem Haus verlassen bleibt. Ich hoffe, das hilft, obwohl ich es nicht vorstellen kann. Gute Arbeit. Pferd, aber gut. Ich nehme es von hier. Danke. Ich glaube, dass du es in der langen Linie verwendest wird, dass es viel mehr wert ist, als was du gekauft hast. Ja, aber hoffe ich auch. Papier. Im Ende stehen zwei Zeilen. Die erste lautet Kauf die Zeit des Todes. In der zweiten steht Vielleicht ist es eine Werbebroschüre für die Bruderschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hm. Ob die Wörter was mit zu tun haben, jedes einzelne? Hm. Kann ich noch nicht sagen. Noch was, Junge? Gut. Gut, dann brechen wir mal ein. Sie stecken den Dietrich vorsichtig in das schwere Eisenschloss. Nachdem er greift, sehen sie sich das Schloss genau an und versuchen herauszufinden, wie man den Dietrich bewegen muss, um die Tür öffnen zu können. Hm. Bewegen. Die Dietrich macht Tick. Äh, ja. Schunk. Klack. Sie müssen etwas verkehrt gemacht haben. Der Dietrich hat die Tür nicht geöffnet. Sie ziehen die Dietrich aus und denken noch einmal nach. Scheiße. Hat er irgendwas gesagt? Ich hab' ja nicht zugehört. Klack. Tick. Tschunk. Das war Zufall. Das Schloss klickt und die Tür geht auf. Sie stecken die Dietrich mit einem zufriedenen Grinsen in die Tasche. Wir sind drin. Das Haus ist komplett leer. Der Inhalt wurde bis auf wenige Gegenstände entfernt. Ich speichere lieber mal. Ich hab' nämlich Angst, dass irgendwie welche böse Fallen sind, die mich tot machen. Was ist das alles? Das ganze Haus? Der Kamin besteht aus ungleichmäßigen, aber sauber zusammengefügten Steinen. Über dem Sims hängt ein riesiges Wandbild. Portrait. Das Gebilde stellt einen lebensgroßen jungen Mann in einem teuren Gewand dar, der stolz ein leuchtendes Amulett präsentiert. Uhr. Es ist eigenartig, dass die Uhr hier gelassen wurde, als alles andere herausgehäumt wurde. Bei näherer Betrachtung stellen sie fest, dass die Uhr fest mit dem Sims verbunden ist. Außerdem sehen sie, dass sich nur ein Zeiger bewegt. Sie hat kein Aufziehrädchen, kein Uhrwerk oder andere Rädchen und deswegen kann sie die Zeit auch nicht exakt angeben, sobald sie das beurteilen können. Äh, gleich. Ich will dieses Buch haben. Sehen, den Gedichtband. Oh, muss ich das jetzt lesen? Oh Gott. Liebesgedichte. Oh, super. Genau das, was ich haben wollte. Ah, der Wind. Hm. Das brauche ich bestimmt später nochmal. Oh, das ist für die Uhr relevant. Hm. Mal sehen. Dunkelzeit, Nebelzeit, Weinzeit, Arbeitszeit mit Zyklus. Hilfe. Ziel ist es, die Uhr in der richtigen Reihenfolge zu stellen. Ach, sag. Wenn Sie die richtige Einstellung auswählen, geht der Zeiger auf dem Blatt automatisch an die entsprechende Stelle auf dem Zifferblatt. Dann können Sie wieder durch Anklicken nach der richtigen Stelle und durch Zeigen weiterklicken. Äh, was stand hier drauf? Kauf die Zeit, dass du das. S, H, S, O. Ne. Warte mal. Das ist bestimmt übersetzt. Das sind bestimmt hier Wörter, die die komischen Zeiten beschreiben. Da steht im Gedichtband was drin. Hab ich jetzt gar nicht geguckt. Äh. Hm. 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 Weiß ich nicht. Hier steht glaub ich nix drin. Äh. Nochmal einen Zettel angucken. Kauf die Zeit des Todes. Wollen wir jetzt den Arbeitstag einstellen oder was? Hä? Es gibt fünf Dinger ja, aber es ist zwei in einem oder wie? Dunkelzeit, Nebelzeit. Äh. Hm. 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 Nichts geschieht. Also drei Kombinationen. Daumengedichtsband gucken nochmal. Ach verdrückt. Scheiße. Hm. Ja. Nebeldes Morgens. Sie atmen. Und dritte Luft. Sie atmen. Und dritte Luft. Zwei. Vier. Dunkleheit. Es sind drei oder vier sie verweilt. Sind da drei ne? Der Wind? Ne. Sie erhebt sich aus den Nebeln des Morgens, sie hat in der Sonne gesagt Luft eben geboren, fliegt zum Aufgang der Sonne, vergeht aber noch in der Luft Zeit des Weines Wasser Wein Arbeit Dunkelheit, Wein, Arbeit, Dunkelheit? Ah, hat wirklich geklappt. Einer der Steine, die den Kamin umgaben, springt auf. In diesem Fach befindet sich ein Tagebuch mit Leder-Einband. Oh ne, nicht schon wieder lesen. Ah, ist noch was? Ne Ähm Oh, wir sind nicht wieder so lang, verdammt. Erste Eintracht. Ich guck mal kurz durch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, äh, 12, 13, 14, 15. 15 Seiten. Na, die tue ich mir jetzt aber nicht an. Das mach ich das nächste Mal. Wir gucken erstmal weiter. Dieses Bild sieht sich ähnlich doch aus wie dieser Wandteppich, finde ich. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Vielleicht kann man da diesen Zauber drauf anwenden. Und dann wieder diesen... Ähm... Wie ist denn der nochmal? Realitäts... War das... Realitätsfeld glaub ich war das genau. Jo. Sie bilden den Spruch in der Luft. Die leuchtenden Linien schweben zum Gemälde und sinken ein. Ein ungleichmäßiger Kreis wie ein Loch im Bild zieht sich von der Mitte bis zum Rand und hinterlässt so etwas wie ein Tor zu einer Szene. Ein Mensch steht in unglücklicher Haltung im Studio eines Künstlers. Um hineinzusteigen. Äh, okay, klick mal rein. Sie klettert auf den Sims und in das Gemälde. Jetzt befinden sie sich im Studio des Künstlers und sehen einen jungen Mann, der sich selbst in einer steigenden Pose hält. Hallo, mein guter Mann. Hast du den Artikel gesehen? Ich bin sehr verletzt, um in dieser Position zu stehen. Ich bin der Maler. Ne, wie sieht der denn aus? Ich weiß nicht. Was sieht er aus? Das ist nicht wichtig. Ich werde jetzt resten, egal. Ich bin positiv, dass das Medaillon ist. Das muss ich haben. Ich mache es nur, um Zeit zu haben. By the way, wer sind Sie? Äh... Ich bin Sammler und wollte fragen, ob ihr euch von euer Amulett trennen möchtet. Ich bin ein Kollektor. Ich habe gehört über dein Amulett und ich fragte, ob ihr mit ihm würdet sein würdet. Wenn ihr von meinem Amulett gehört habt, habt ihr auch gehört, dass ich es nicht mit ihm mit ihm für nichts zu fahren würde. Es ist nicht für Verlust oder Verlust. Jetzt, danke für Sie zu fragen, aber diese Gespräche ist vorbei. Er tritt auf sie zu und sie gehen reflexartig einen Schritt zurück, wobei sie aus dem Gemälde auf den Steinfußboden fallen. Ja... Gut, äh... Das muss ich nochmal probieren, aber erst in der nächsten Folge. Wahrscheinlich muss ich ihn irgendwie überreden, das Ding loszuwerden. Also... Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!